Hallo, mein Name ist Laura Lehner, ich bin 21 Jahre alt, bin hier am Turnier in München zum ersten Mal. Ich finde ein sehr schönes Turnier und hoffe, dass ich nächstes Jahr wiederkommen kann. Das Wetter war ein bisschen blöd, aber heute geht es zum Glück. Ich bin hier mit meinem Pferd Ustafan Teike, der im Moment mein Nummer 1 Pferd ist. Es ist sehr gut gelaufen. Ich freue mich, hier zu sein.